Und da sind wir auch wieder in der neunten Episode von Lego Star Wars, die komplette Saga. Ist ja ganz große Klasse. Angriff der Klobkrieger. Oh, ich erinnere mich. Ich war ein Kenobi. Kenobi. Hobi war ein Kenobi. Kenobi. Nein, Kenobi. Kenobi. Knoblauch. Ja gut, das war nicht blau. Sieht ihr diese Kupfhörer? Ganz tolle Qualität. Rocket sagt, die kann sich nicht verknoten. Ich sehe das anders. Es kann sich gut entknoten, aber es heißt, es kann sich nicht verknoten. Aber es kann sich verknoten. Ja, Rocket, ihr seid böse Hasen. Trotzdem liebe ich euch. Ja. Du Ficker. Ich Ficker. Oh, sie hat schöne Hände. Ja. Ich hätte vor, dass sie so hätten. Guck mal, die hat jetzt schon einen Hubs, Alter. Ja. Die machen in Depo. Boots. Bröste. Ist stark. Bröse, die perverse. Perverse, aber ein bisschen flachbröste ich, ne? Bisschen. Wie kommt denn da drauf, dass das flachbröste ich ist? Ich schweiß ja auch nicht. Rezent. Jetzt schöne Lippen. Jo, jo. Schön rot. Einfach durchgegriffen. So, was ist das? Ja, aber alles klar. Oh, das sieht doch mal geheimnisvoll aus. Wie ist denn das? Wer ist das? Das ist eine Klinik? Ich bin eine Klinik. Ich bin der Herr Skywalker. Ich bin der Skywalker. Ich bin der Skywalker. Schraubisch. Anker oder wie jetzt? Na. Ich sehe schon. Das ändert mich an eine sehr eklige Lego Star Wars 3 Mission. Ich fand hier immer sehr, sehr unschön. Sehr gruselig. du hast dich hier bei dieser map gab es online wenn diese kleinen kackviecher da und wenn die glatten gibt es nicht dass die abgehen ich habe ich nicht woher ist ja sehr klar als ganz viele dieses geld ist auch nicht das ist was du nicht hast du ist ja was ist du nicht dass das so ist wie es ist ja überhaupt durch das geld was und das problem ohne witz alte ja ich bin endlich ein fucking astroman spaß oder ja okay und jetzt alles alles klar und alles klasse alles karl karl wo ist karl das war nicht ganz richtig ein schöner einmal voller lego sind ich bin geschickt geschickt der hausenden einmal daheinsetzen ja ich werde wieder da gesprungen hier siehst du mal jetzt ja gut ich springe aber mit den attackieren ich bin genius und dann lasse ich heute scheiße die katholika sein wie es herz oder hingekommen was war ja ich habe das super und durchs pro abkommen besser münzen sammeln glaube ich ist ja klassisch das hat sich gelogen klopft nach an das ist natürlich scheibe glaube ich und haben ja probleme damit tschüss wir fickert die bomben und tot wo was ein zufall er kann ja ein astromech das benutzen hallo okay guck mal hier was 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 machst du da ha ha gedreckt wir sind wir sind woanders ist klasse habe ich gehört ja nicht so belegen es ist voll wohl in super mario abkürzen zu kürzungen zu benutzen weil jetzt ist ja vielleicht hast du ne du hast du hast du super mario bros darauf gespielt ja ja und da gab es ja wenn du jetzt irgendwie dem boss gegner als winziger gesiegt hast garten bonus konntest du ja eine welt überspringen oder so aber das ist ja eigentlich voll holen weil das wird halt mit weniger spielzeiten also ja da habe ich halt voll gefreut hier ich kann die ganze welt überspringen aber ja dann überspringen halt in ganz welt das ist kritischer hase ja ja jetzt 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 was warum ich wollte mein das ist ja ich werde dafür dass wir mal ein astromech im c3po nein direkt nie ist mein boss gegner kann auch denken ja nicht springen genau deswegen ja das ist genau die scheiße auf die ich kann bock hat ja jetzt auch mal mit drehen oder wie so jetzt kommen jetzt kommen wir jetzt einfach kommen jetzt einfach ich krieg den dahin bist du spaß bist du auch nö jetzt ja gut alle sterben naja ein bisschen youtube zeit weißt du was auch toll ist auf auf legos topos 3 split screen ja das ist toll es gibt sie leider nicht wo ist der spawnt schon der spawnt schon wieder alles klar und so ging es mit luke wo bist du jetzt wo ist jetzt könnte so ein schild kommen zu hause lecker warst du das absichtlich wo ist denn da drauf dann drehen wir und wir schubsen wir es werden keine die zuschauer fragen was wir von dem von dem design haltet nein das ist nicht doch euch die kopfschmerz zu drei vier uhr überlebt das jetzt okay ihr überlebt das jetzt ja ihr piker schieben ich würde nicht so gern mit der macht ich will macht haben und sogar den falschen ich finde das übrigens kacke dass diese behindert darauf wirken das ist belastend aber ich hecke jetzt weil ich was da bin ja gut ich kann tanzen ja klasse du kannst auch wechseln ja aber nicht während ich gelebt bin wo du bist du im kurs und im präsent ja ja auch überaus im präsent scheiß eben ist es also eben ist es nur skill alter was sie gesehen ich habe ihn auch weggekriegt auch voll spaßig spaß durch so im dino scopes ich weiß du hast mich herum springen hier hier wohl könnte sich so schnell drehen der kasper nebenbei bei parkourläufern oder für johann ja da soll ich mal hoch wirklich schlecht wo ich habe die steuerung sogar im kopfballen ich bin glücklich ups das war nicht gut kann sein dass wir gegen griebes kämpfen nein ich habe so eine hängt ohne gut so belastend so das wäre alllastend lassen ich würde mal die macht benutzt man stuhrer nein jeweils was auch jetzt kommt die mlg ich fand es gut dann brauchen wir den astromagg das sind voll gut in dem spiel oder wenn ja geht man like hier ich habe ein kleines bisschen nachgeholfen ja ich bin so lange schon mal die tue ich wieder wohnen der schüler ist ich bin scheiße in dem spiel was soll ich nur machen guck du haust ein paar mal und dann springt also ich muss den zuschauen lecker was zeigen ist voll klasse das war schon mit dem genoskop geht darüber ich habe natürlich du bist schon hat es gibt aber auch dass also wenn wir so gemein zueinander sind das ist dann schön das mögen dann die zuschauer ich habe mich nicht eingewiesen und die unübsten sind an einstieg gerade fest ist ein feier ist ich weiß nicht was ich weiß mir stimmt doch nicht warum hast du so was da habe ich rote ohren jetzt von heißt ich habe aber ein pullover. ich wurde ordentlich voll heiß. ja. 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 okay warte wir haben bestimmt ein paar. mach mal hier ist get c3po. das ist r2d2 immer noch. ich weiß. komm welches kaputt machen hier. oh ja. ist das gut wenn ich da. ja also jetzt auch nicht. ja gut. geh mal da drauf. hallo. geh mal da drauf hier und da. oder? wo? da drauf ziehen. nein nein nein. da. da. so. sinn. okay. okay wir tun es auf der schlussrate. ist klasse. du bist da hoch. irgendwie. ja gut. hol. kaki. kaki. hello. ich habe ich weiß was sagen ich habe make-up das müssen wir als obi-wan-knobel ein bruder so hier mal wenn du 1 2 schläge macht oder 1 2 und dann wo hohe joggen 1 3 und 3 schau mal da hat die fabrik mit der rund ja oh ja dafür zu lassen beispielsweise angenehm das war dann schon wieder unsere folge dann würde ich ja kann das war leichter durch gefallen dass man einfach dass man leicht weil die leute folgen gefallen hat dann vielleicht sogar zwei aber es richtig gut gefallen hat man lassen like unten ist aber das bleibt zuerst und dann live ja gut dann haben wir tschüss tschau